Lübbe Audio Lünx. Das Geheimnis der alchimagischen Tiere. Von Miriam Krohmeier. Es liest Hannah Scheppmann. E-Mail an das Bürgeramt Firnspiegel. Sehr geehrter Herr Kolli, ich heiße Ria Ariana Westwind und bin gestern zwölf Jahre alt geworden. Mein Vater war vor vielen Jahren in ihrem Ort Direktor eines Theaters, des Theaters über den Wolken. Meine Eltern hießen Timo und Felici Westwind. Sie sind beide kurz nach meiner Geburt gestorben. Das ist jetzt also genau zwölf Jahre her. Ich habe das Theater auf den Internetseiten von Firnspiegel nicht gefunden. Wissen Sie, ob es noch steht? Oder vielleicht sogar etwas über meine Eltern? Das wäre so toll. Bitte antworten Sie mir auf alle Fälle. Viele Grüße von Ria. Drei Wochen waren seit Rias zwölftem Geburtstag vergangen. Ganze drei, schnicken, schleim, zähe Wochen hatte sie darauf gewartet, dass ihre E-Mail beantwortet wurde. Am letzten Wochenende hatte sie sogar eine ganze Stunde lang auf den Bildschirm ihres Handys gestarrt und versucht, mit der Kraft ihrer Gedanken die Antwort heraufzubeschwören. Vergebens. Und dann, sie wollte gerade aufbrechen, um sich mit ihrer Tante Caro zu treffen, machte ihr Handy wieder einmal Bing. Aufgeregt zerrte sie es aus der Hosentasche. Keine Info der Schule über den bevorstehenden Wandertag? Nicht ihre beste Freundin Leni. Ich hasse Wandertag. Wir rennen bestimmt wieder drei Stunden durch den Wald, bei Dauerregen. Und zehn weinende Smileys hinter dem Text. Es war die ersehnte Nachricht. Ria vergaß schlagartig Uhrzeit, Tante und Treffen. Eine gefühlte Ewigkeit starrte sie auf das Wort Firnspiegel in der Absenderadresse, bevor sie mit pochendem Herzen die E-Mail öffnete. Sie las die Nachricht einmal, zweimal, dreimal und dann noch so oft, bis die Worte im Text ein sonderbares Eigenleben zu entwickeln schienen. Explosion leuchtete mit blutrotem Saum, Theater begann sonderbar glitzerig zu flirren, gerne pulsierte in freundlichem Blau. Dong, dong, dong. Die Wanduhr im Wohnzimmer schlug die volle Stunde. Drei Uhr. Toll. Nun hatte sie gerade mal fünf Minuten, um in die Hospitalstraße zu kommen, wo ihre Tante arbeitete. Sie würde rennen müssen. Ria schnappte sich ihre Jacke und zischte los. Caro wartete bereits, als Ria mit Seitenstechen und völlig außer Puste an ihrem üblichen Treffpunkt ankam. Einer überdachten Bushaltestelle an der Ecke Hospital- und Parkstraße. Zum ersten Mal an diesem trüben Herbsttag brach die Sonne hinter den Wolken hervor und brachte die kastanienbraune Haarwolke ihrer Tante zum Leuchten. Im Gegensatz zu Rias dunkelblondem und völlig glattem Haar waren Caros Locken kaum zu bändigen. Oh, Sonne, rief ihre Tante erfreut. Ich habe heute vor lauter Patienten noch keine fünf Minuten Tageslicht gesehen. Sollen wir uns etwas vom Kaffee holen und im Park essen? Was hältst du von Zimtschnecken? Wenig später ließ sich Caro mit einem tiefen Seufzer auf eine verwitterte Bank fallen. Es war ihr gemeinsamer Lieblingsort im Park. Von hier aus hatte man alles gut im Blick. Den Teich, auf dem heute nur eine einsame Ente dümpelte, die Spaziergänger mit und ohne Hund und, ganz wichtig, den Platz am großen Schmiedeeisentor. Dort verkaufte in der Adventszeit ein Stand Crepe und heißen Punsch und irgendwann, an einem magischen Tag im Frühling, tauchte hier der Eiswagen auf. Der Eiswagen. Keiner hatte mehr Eissorten und knusprigere Waffeln. Vanille war Rias unangefochtene Lieblingssorte. Gerade waren allerdings Crepe, ebenso wie Eiscreme, so weit entfernt wie Jupitermonde. In einer knappen Woche begannen nämlich die Herbstferien und vor dem Tor befand sich lediglich ein Haufen matschig-braunen Laubes. Caro musterte ihre Nichte prüfend. Ist alles in Ordnung mit dir? Bedrückt dich etwas, Brumm? Rea setzte sich auf die Kante der Bank und betrachtete die Tüte mit den Zimtschnecken in ihrer Hand. Wie kommst du darauf? fragte sie. Caro lächelte. Wenn ich ehrlich bin, dieses Gefühl habe ich schon eine ganze Weile. Seit deinem Geburtstag, um genau zu sein. Hat das vielleicht etwas mit der Uhr zu tun? Gedanken verloren, schob Ria ihre Hand in die Jackentasche. Mit den Fingerspitzen strich sie über die kühle Oberfläche der Taschenuhr darin und starrte zum Teilchen über. Auf dem Uferweg machte eine ältere Dame gerade mit empörtem Blick einen Bogen um einen Mann mit einem sehr großen, sehr schwarzen Hund. Der hing am Ende seiner Leine und schnüffelte für ihr Empfinden wohl zu aufdringlich in ihre Richtung. Ria verstand sie gut. Auch sie ging Hunden gewöhnlich aus dem Weg. Sie und die Hunde, das war eine lange Geschichte voller Missverständnisse. Und vor ein paar Wochen war das alles schlagartig noch sehr viel schlimmer geworden. Seither war jeder Kontakt, den Ria mit der Tierwelt hatte, komplett sonderbar. Und das betraf nicht nur die Hunde. Ich kneife dich gleich, wenn du nicht endlich damit rausrückst, riss ihre Tante sie aus ihren Gedanken. Ria grinste. Hallo? Du bist meine Erziehungsberechtigte. Du darfst mich nicht kneifen. Sie zog die Uhr aus ihrer Tasche. Eine Weile betrachteten sie gemeinsam die altertümliche, silbrig glänzende Herrentaschenuhr und schwiegen. Deinem Vater war sie wichtig, murmelte ihre Tante schließlich. Er hat sie immer bei sich getragen, obwohl sie auch damals schon mehr als altmodisch war. Ich dachte, du solltest sie nun bekommen, mit zwölf. Als Erinnerungsstück an deine Eltern. Du hast ja sonst fast nichts. Sie stieß einen Seufzer aus. Macht sie dich traurig? fragte sie dann leise. Ria nagte an ihrer Unterlippe. Traurig? Sie hatte Caro, die beste Tante der Welt. Sie hatte Leni, die beste Freundin der Welt. Sie mochte ihre Schule, die beste Schu... Okay, vielleicht nicht die beste Schule der Welt, aber sie war nicht übel. Sie liebte es, hier im Park mit Leni auf der Wiese zu liegen, in die Wolken zu träumen und auf den Eiswagen zu warten. Ihr fehlte nichts. Ihre Welt war in Ordnung. Oder nicht? Nee, alles gut, beruhigte sie ihre Tante. Eigentlich hatte sie sich vorgenommen, Caro zu erzählen, dass sie das Geheimnis der Uhr entdeckt hatte, und von ihrer E-Mail an das Bürgeramt Firnspiegel. Aber plötzlich wollten ihr die Worte nicht mehr über die Lippen kommen. Ihre Welt war in Ordnung. Aber seitdem sie die Holzschatulle geöffnet und die Uhr aus ihrem schwarzen Samtpolster gehoben hatte, war etwas in ihrem Inneren in Schwingung geraten. Als habe jemand ein schweres Pendel angestoßen, das nun mehr und mehr an Schwung gewann. Ria schüttelte den Kopf, um das seltsame Gefühl loszuwerden. Die Wolken schoben sich wieder vor die Sonne. Caro fröstelte und zog ihre Jacke enger um sich. Lass uns nach Hause gehen. Hier wird es mir zu ungemütlich. Ich koche uns einen Kakao zu den Zimtschnecken. Was hältst du davon? Kakao mit Mini-Marshmallows? Bevor Ria antworten konnte, stand plötzlich der sehr große, sehr schwarze Hund direkt vor ihrer Bank. Derselbe Hund, den sie kurz zuvor auf dem Uferweg beobachtet hatte. Seine Schnauze war auf Höhe von Rias Nase. Verflixt. Ria konnte den Moment erkennen, in dem das Tier ihren Geruch entschlüsselt hatte. Es versteifte sich schlagartig. Das Weiße in seinen Augen blitzte auf. Und dann, zack, begann es zu winseln und zog sich mit eingeklemmtem Schwanz hinter sein Härchen zurück. Der Mann starrte erst sie irritiert an, dann seinen sichtlich eingeschüchterten Hund. Was war denn das? Ria schüttelte bloß den Kopf. Als ob sie das wüsste. Kommt heute, das ist mein armes Schätzchen, sagte der Mann. Er warf ihr und Caro einen letzten misstrauischen Blick zu und eilte mit seinem Hund davon. Ihre Tante brummte etwas von merkwürdig, während Ria erneut auf die Tüte mit den Zimtschnecken starrte. Aber an der lag es ganz gewiss nicht. Es war ihr völlig unerklärlich. Sie mochte Tiere. Zu Katzen hatte sie auch immer einen besonderen Draht gehabt. Doch zu anderen Tieren? Da herrschte bei ihr bestenfalls Funkstille. Und in letzter Zeit? Die Hunde im Park knurrten sie an oder kniffen den Schwanz ein. Voll ein Puschelpo, das Kaninchen ihrer Freundin Leni, warf sich in verzweifelter Flucht vor ihr gegen die Wand des Käfigs. Die Tauben im Park stoben panisch auseinander, wenn sie nur in ihre Richtung sah. So schlimm war es definitiv erst seit ihrem zwölften Geburtstag. Ria tastete unwillkürlich nach der Uhr in ihrer Tasche. War dieses altertümliche Erbstück etwa schuld daran? Bislang hatte sie es nicht einmal zum Laufen gebracht. Nein, das konnte sich Ria beim besten Willen nicht vorstellen. Nur wenig später stellte Caro einen dampfenden Becher Kakao vor Ria, entzündete eine Kerze in einem goldenen Windlicht und ließ sich selbst am Küchentisch nieder. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich auf meinen Urlaub nächste Woche freue. Sieben Tage ohne Hektik. Endlich ausschlafen, gemütlich Tee trinken. Ach, himmlisch. Wir können auch etwas unternehmen, wenn du möchtest. Ins Kino gehen, Kürbisgesichter schnitzen. Worauf hättest du Lust? Was möchtest du machen? Die Uhr ihres Vaters lag schwer in Rias Faust. Die Uhr ihres Vaters. Das war's ja auch immer. Die Uhr ihres Vaters. Was möchtest du machen? Wie ist das? Vielen Dank.